Hallo, hier ist die Space. Könnt ihr verraten, was sie heute tun? Ich verrate es euch. Heute müsste es Anna und Elsa Puzzeln zusammenfinden. Wow! Mögt ihr Anna und Elsa Puzzeln? Ich hoffe, ja. Ich mag Anna und Elsa Puzzeln. Und jetzt muss ich das aufmachen. Wow! Anna und Elsa Puzzeln. Das ist Elsa. Das ist Anna. Ich finde, ich mache zuerst Elsa. Also zuerst würde ich das Rand sortieren. Ich glaube, ich habe schon alles. Also jetzt habe ich schon alles sortiert und jetzt würde ich es bauen. Und das, da fang es an. Gucke. Das kann ich mir nicht mehr hören. Also, ich bin schon unten soweit. Wow! Ich glaube, das kann es schon gut. Ich habe so ein Olaf Kopf gefunden. Aber etwas muss doch dazugehören. Hier bei Olaf Kopf. Da fehlt nur noch ein Puzzeln. Da fehlt nur noch ein Puzzeln. Was ist denn? Der ist jetzt hier noch. Ja, das gehört da. Das stimmt hin. Ja, es hat alle Bild gebaut. Außer sein Kopf hier. Hm. Wo ist denn das Kopf von ihm? So, so lang. Und dann? Bis zum nächsten Mal. Guck mal, wie viel ich schon gemacht habe. Dann lassen wir jetzt das Gehirn. Jetzt gucken wir mal hier raus. Ah, jetzt... Ich dachte, das wäre so klein. Mögt ihr auch Puzzle? Ich mag Puzzle. Ich mag Elsa und Anna. Guck mal, wie viel ich schon gemacht habe. Und hier fehlt mir noch das Rand hier bei der Ecke da, wo nichts ist. Ich glaube, ich baue einfach weiter. Also mach weiter. Dann erkennt man schon Elsa's Haare hier. Hier erkennt man schon Elsa's Haare. Da fehlt noch ein Teil. Gucken wir mal hier. Gibt es doch noch hier? Ja, da gehört es. Ah, es hat den Rand fertig gemacht. Yay! Jetzt kann ich mit Anna... Also Elsa machen. Ich habe hier Elsa genommen. Jetzt habe ich den Rand gemacht. Und jetzt mache ich es schon innen. Es hat schon viel Gesaft. Wer ist das denn? Hier. Und jetzt fehlen mir nur noch ein paar Puzzleteile. Aber nicht so viel. Guck mal, mir fehlen noch zwei Puzzleteile. Jetzt noch ein. Yay! Wir sind fertig mit Elsa Puzzle. Jaaa! Wir sind fertig mit Elsa Puzzle. Uhuuu! Jaaa! Ich habe Elsa Puzzle schon fertig gemacht. Ich habe Elsa Puzzle schon fertig gemacht. Ich habe Elsa fertig gemacht. Und Anna hat es noch nicht gemacht. Dass wir es in einem anderen Video machen. Dass der Video so lang ist. Also bis zum nächstes Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.